Freunde, ich habe letztens im Stream mit euch darüber gesprochen, dass ich eine neue Idee für ein neues Projekt habe und ja, ein bisschen her und her gequatscht, ein bisschen gebrainstormt zusammen und dann passierte das hier. Schreibt mir gerade der Gründer und Geschäftsführer von unserer IT schon mal die und die Domain reservieren? Du bist ein King. Liebe Grüße gehen raus, mein Freund. Liebe Grüße gehen raus. Das liebe ich einfach so sehr an der Zusammenarbeit mit dieser IT. Die sind halt auch aktiv am Start. Die verfolgen das, wenn ein Infovideo gedroppt wird oder hier ein Infolivestream ist oder sowas. Irgendwer von denen ist am Start, kriegt diese Infos mit. Wir brauchen denen nicht mal Bescheid geben. Die hören einfach zu. Du musst nichts sagen, die hören auch vorher schon zu. Das ist so cool. Wirklich, das ist ein Traum. Wisst ihr, was für ein Segen das ist? Jetzt im Real Talk. Wisst ihr, was für ein Segen das ist, eine IT zu haben, auf die du dich verlassen kannst und wo du weißt, die stehen zu 100% hinter dir und wenn irgendwas ist, vor allem wenn du halt einen Online-Shop hast, unser Unternehmen läuft zu 100%. Das ist ein E-Commerce-Unternehmen. Zu 100% läuft das über unseren Online-Shop. Wir sind nirgendwo in irgendwelchen Läden. Da muss das zu 1000% sitzen. Ich weiß das sehr zu schätzen, weil es halt überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wir kennen das auch anders. Wir haben das vorher ganz anders gehabt, Freunde. Wirklich. Das IT-Team, das wir vorher hatten, uff, das war ganz schlimm. Die waren nicht erreichbar. Und wenn du was wolltest, dann wurde direkt vorher geklärt, ey, das ist kein Problem, das können wir machen, aber das kostet. Da konntest du nicht mal eben sagen, ey, da ist ein Schreibfehler auf Seite 3. Kannst du das vielleicht da rausnehmen? Ja, Änderungen können wir machen, das listen wir damit auf. Bitte einmal eine Liste mit allen Änderungen. Dann gibt es halt eine Rechnung dafür. Und das hat für mich nichts mit geben und nehmen Service zu tun. Das hat für mich nichts mit zu tun mit, ey, wir helfen euch, ihr helft uns und wir arbeiten langfristig zusammen miteinander. Weil es ist ja nicht nur ein Shop, den man dann baut für uns, sondern wir haben immer neue Editionen, hier gibt es Änderungen, da gibt es Änderungen. Und dafür kann sich dann die IT darauf verlassen, dass wir immer bei denen sind, weil wenn es guten Service gibt, sind wir immer bei denen, buchen immer die und wechseln nicht. Wenn du einmal die gefunden hast und das läuft einfach traumhaft, warum solltest du dann irgendwen anders engagieren? Das hat das andere Team leider nicht verstanden. Oder zumindest der Gründer der Agentur hat es nicht verstanden. Und so seine Philosophie. Da kam ich nicht klar mit. Ich arbeite gerne, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, erstens freundschaftlich auf einer coolen, lockeren Ebene und zweitens langfristig und zuverlässig. Dass alle wissen, was sie voneinander haben. Müsst das so sehen, ich bin absoluter Chaot. Hi auch. Wir sind da beide leider. Wir sind halt trotzdem auch irgendwo Künstler, ja? Unternehmer hin oder her, wir sind halt auch Künstler. Deswegen kommen uns manchmal spontan Änderungen in den Sinn oder spontan Ideen. Oh, kann man noch das und das und kann man noch das und kann man noch das? Deswegen, die müssen da echt einiges ertragen, die armen Mädels und Jungs. Aber ganz viel Liebe geht raus an die. Liebe geht raus an die. Wie heißt das Unternehmen, wenn du das sagen darfst? Die heißen Singular IT. Das seht ihr auch, wenn ihr in unseren Shop geht und runterscrollt. Was die uns hier fancy aufgebaut hat. Du scrollst und das... Ey, der Joy Edition Shop, der wird anders. Naja, auf jeden Fall. Die heißen Singular IT. Das steht hier immer bei uns. Wenn ihr ganz nach unten geht, da hat Development Singular IT. Die sind der Hammer. Die Mädels und Jungs, die haben es drauf, ey. POV, sie haben die Fehler mit Absicht gemacht, um daran zu verdienen. Ja, die Theorie haben Hai und ich auch schon gehabt. Bei dem vorherigen Unternehmen. Die Theorie haben wir auch schon gehabt. Also wirklich jetzt. Vielleicht machen die das ja extra und bauen noch mehr Fehler ein, um noch mehr Arbeitsstunden uns zu berechnen und um noch mehr für jede Änderung dann wieder... Weil ihr müsst das so sehen. Das hatte ich euch ja schon mal erzählt. Unser vorheriges IT-Team war das offensichtliche Fehler. Hör mir zu, Matti Smagerquark. Ich hole noch mal ein bisschen aus. Unser vorheriges IT-Team haben wir engagiert, weil wir einen neuen Shop haben wollten. Wir hatten vorher immer mit Baukastensystemen gearbeitet und das ist für unser Volumen absolut kacke. So ein Baukastenshop ist richtig cool. So ein Standardbaukastenshop. Das ist eine saukoole Sache, wenn du im Monat 50 Bestellungen kriegst oder 100 Bestellungen. Dann ist das cool. Dann ziehst du am Ende des Monats, sagst du alle 100 Bestellungen des Monats einmal auflisten, klickst auf Rechnung ziehen, hast alle Rechnungen. Und das ist überschaubar, weil du machst ja alles per Hand, wenn du ein kleiner Shop bist. Dann ist das cool. Mit jeder Edition verkaufen wir 15.000 bis 20.000 Decks. So, lass mich das mal kurz ausrechnen. Die Shadow Edition waren 15.000... Wir sind jetzt schon bei 100.000 Decks. Ja, Prestige ist nicht komplett weg, aber wenn Prestige weg ist, sind das 100.000 Decks. Also wir haben schon 100.000 Decks produziert, sagen wir mal so. Und die müssen alle weg. Das sind Tausende und Zehntausende von Bestellungen. Das ist mit so einem Baukastenshop nicht machbar. Und schon gar nicht von der Serverauslastung her, wenn wir eine neue Edition gelauncht haben, ist immer der Shop abgeschmiert und es gab riesige Probleme. Dann wurden hier Zahlungen nicht durchgeführt und so weiter und so weiter. Deswegen haben wir eine IT engagiert und gesagt, ey, wir hätten gerne komplett von Null auf einen neuen Shop. Dann haben die uns empfohlen, ja, wir können das... Was hättet ihr denn gerne für ein Budget? Dann haben wir gesagt, wir hätten gerne das und das Budget. Und das war nicht mega viel. Du kannst für so einen Shop auch easy 40.000, 50.000 Euro ausgeben. Aber das wollten wir nicht. Wir haben gesagt, nee, 40.000, 50.000. Ah, ist schon krass. Einfach nur für den Shop. Jetzt im Nachhinein wissen wir, das ist es wert, weil der Shop ist die Grundlage für unser Geschäft. Wo es uns zu legen, Standarddecks. Stimmt, oh mein Gott, die Standarddecks. Krass, wie viele Decks wir schon produziert haben, ey. Krass, sorry, ey, das ist gerade so brutal, wenn ich drüber nachdenke. Safe sind wir auch schon bei einer Million Euro Produktionskosten, wenn man das alles zusammenrechnet. Wir haben safe schon eine Million Euro an Katamoni gegeben. Safeness. Muss ich mal ausrechnen, ob das stimmt oder nicht. Wir haben jetzt gesagt, so Leute, baut uns mal bitte einen Shop. Budget, so und so viel. Bei dem Budget können wir euch das und das anbieten. Jetzt nicht einen fetten Magenta-Shop mit bliblablu. Nennen das und das Shop mit das und das und das. Da war ich so, okay. Dann haben die das übernommen. Die haben diesen Shop aufgebaut. Und waren so, so, der Shop ist fertig. Ihr könnt loslegen. Blizzard Firestorm war das. Dann waren wir so, alles klar, perfekt, danke euch. Shop gelauncht. Ich glaube, ich habe sogar selbst auf Launch geklickt. Im Stream, das weiß ich noch. Ich hatte kein Internet, weil draußen ein Bagger meine Internetleitung kaputt gemacht hat. Dann habe ich noch über einen Hotspot gestreamt. Mit 2000 Leuten im Stream in 720p. Alles verpixelt, alles am Rauschen. Ich so, Launch. Wumm. Shop schmiert ab. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben vorher gesagt, Leute, alleine in diesen YouTube-Streams sind immer ungefähr 2000 Leute live drin, die darauf warten, dass der Shop online geht. Dann gibt es ja auch noch viele, die abseits von diesen Streams auch noch immer wieder F5 drücken und den Shop aktualisieren. Das heißt, eine Person klickt ja nicht einmal auf die Seite. Oh, ist nicht fertig? Na, dann warte ich eine Stunde. Nee, die laden ja immer wieder neu. Wir haben also gesagt, Leute, das sind Tausende von Zugriffen. Jede Sekunde. Rechnet mal bitte ein. 20.000 Zugriffe pro Sekunde. Rechnet das mal ein. So eine Serverkapazität hätten wir gerne. Unser altes Team so. Kein Problem. Ihr zwei Jungs. 20.000 Zugriff. Ja, ja. Ja, ja. Kein Problem. Machen wir. Die haben uns nachher irgendwie Server eingerichtet für, keine Ahnung, 1.000 Zugriffe pro Sekunde oder so. Shop geht online. Seite schmiert ab. Wie kann das sein? Wir haben euch doch dieses ganze Geld gegeben, dass ihr uns einen Shop baut. Der ist kaputt. Ihr habt uns einen kaputten, unfertigen Shop gemacht. Und die so. Kein Problem. Fixen wir. Ist gefixt. Beim gefixten Shop ist Folgendes passiert. Das hier ist jetzt Mattis Magerquark, okay? Der möchte jetzt bei uns ein Blizzard Deck bestellen. Ja, Pino kratzt an der Tür. Warte, ich lasse ihn mal kurz rein. Ja, alles fit? Ihr wisst geht. Ihr wisst geht. So, pass auf. Mattis Magerquark kauft sich jetzt ein Blizzard Deck, okay? Und hat dafür 1,29,99 brutto bezahlt. Plus 5 Euro Versand. Dann ist da noch Nick Nolte. Und Nick Nolte möchte ein gemischtes Brick. Schillhund. Ein gemischtes Brick. Und hat sich noch ein Firestorm Hoodie gekauft und ein Blizzard Hoodie. Das heißt, Mattis Magerquark hat nachher 27 Euro auf seiner Rechnung stehen. Versand plus das Deck. Und Nick Nolte hat nachher 200 Euro oder 300 Euro. Im Wert von 300 Euro wollte der einkaufen. Jetzt waren die aber gleichzeitig da. Weil ja im Moment von so einem Lounge ultra viele Leute gleichzeitig im Shop sind und bestellen wollen. Tausende von Leuten, die alle gleichzeitig die Seite laden. Die Seite ist überhaupt nicht dafür konzipiert, dass tausend Leute gleichzeitig draufklicken. Jetzt passiert folgendes. Mattis Magerquark klickt auf sein Deck. Zum Warenkorb hinzufügen. In dem Moment, in dem er auf zum Warenkorb hinzufügen klickt, klickt Nick Nolte auch auf zum Warenkorb hinzufügen. Was macht jetzt der Shop vor völliger Überlastung? Wird jetzt Mattis Magerquark auf der nächsten Seite, sieht er plötzlich in seinem Warenkorb die Sachen für 300 Euro. Und Nick Nolte sieht in seinem Warenkorb die 22 Euro Bestellung. Jetzt sind aber beide so geladen. Oh mein Gott, ich muss schnell bestellen, weil das ist ja limitiert. Vielleicht ist das heute Abend ausverkauft. Ich muss mich beeilen. Zack, schnell, bam, 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 PayPal, Adress eingegeben, bam, 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 bam. Oh, ich hab bestellt, Gott sei Dank. Und das ist einigen Kunden passiert. Die haben auf, ich stimme den AGB zu, geklickt. Die haben immer wieder, du siehst ja bei uns im Shop, du siehst dreimal deine Bestellung. Das ist so geregelt gesetzlich, man muss dreimal alles nochmal sehen, um sicher zu gehen. Die haben das dreimal gesehen, auf weitergeklickt, geklickt, geklickt. Es gab viele Leute, die so emotional geladen waren, warum auch immer, dass die jetzt aus Versehen den falschen Einkaufswagen auch noch bezahlt haben und damit einen Kaufvertrag mit uns eingegangen sind für den falschen Warenkorb, weil die Warenkörbe falsch zugeordnet wurden. Jetzt mussten diejenigen storniert werden und die sollten sich, und die auch noch storniert werden und die sollen nochmal bestellen. Jetzt ist aber folgendes Problem, was auch noch dazu kommt. Zusätzlich dazu haben die uns eine Vorkassenfunktion eingebaut, sodass erst wenn du bezahlt hast, wird das Deck losgeschickt und auch der Lagerbestand abgezogen. Angenommen, wir haben 1000 Halfbricks, 500 Bricks und der Rest Einzeldecks. So, jetzt ist folgendes der Fall gewesen. Wenn du in der Vorkasse auf dieses Halfbrick geklickt hast und du hast es bestellt, hast du noch nicht bezahlt, ja, deine Zahlung ist noch nicht da eingegangen und deswegen ist der Lagerbestand noch nicht runtergegangen. Unser Lagerbestand war jetzt immer noch bei 1000, aber 300 Leute haben es jetzt schon bestellt auf Vorkasse, aber noch nicht bezahlt. Deswegen stehen immer noch 1000 den anderen zur Verfügung, die dann mit PayPal und Kreditkarte zahlen. Eine Woche später sind aber die 300 Leute mit der Vorkasse, eine Woche später sind die alle zur Bank gegangen und haben jetzt überwiesen. Plötzlich haben wir minus 300 Halfbricks auf Lager. 1000 Stück gingen weg an die PayPal und Kreditkartenzahler und 300 nochmal für die Nachzahler, die nachzüglich kamen durch die Vorkassenbezahlung, weil die uns einen Shop verkauft haben für teuer Geld, der bei den Vorkassen nicht automatisch auch den Lagerbestand abgezogen hat. Ist ja völlig logisch, oder? Wenn du es auf Vorkasse bestellst, können theoretisch eine Million Menschen einen Artikel, den es nur 100 Mal gibt, bestellen auf Vorkasse. Jetzt haben die schon überwiesen. Die haben uns schon ihr Geld gegeben. Und wir sollten jetzt denen das liefern. Die sind in den Kaufvertrag mit uns eingegangen. Wir sind verpflichtet dazu, ihnen jetzt ihre Ware zu liefern. Konnten wir nicht. Wer musste gerade stehen dafür? Logisch. Hai und ich. Weil ihr wisst, ich kaufe bei Matti und bei Hai, kaufe ich jetzt einen Halfbrick. Wo bleibt meine Ware? Dann mussten wir an alle betroffenen Kunden E-Mails schreiben. Also erstmal vorher direkt, zack. Hallo Katamundi. Wir brauchen 300 Halfbrick Boxen. Jetzt. Gestern. Welche Methode ist am schnellsten? Oh, die teure Methode ist am schnellsten. Das kostet uns 20.000 Euro alles in allem extra. Mit Versand und allem drum und dran. Die ganze Thematik hat einen Schaden von 20.000 Euro gemacht. Nehmen wir. Es muss schnell gehen. Dann hat uns Katamundi die fehlenden Halfbrick Boxen nachgedruckt. Mega Respekt an Katamundi. Die haben sehr schnell geliefert. Dann haben wir unseren betroffenen Kunden E-Mails geschrieben. Lieber Kunde, Entschuldigung. Das ist unser Fehler. Wir haben da leider Mist gebaut. Unser Shop hat da nicht funktioniert. Leider kam es zu einem Überverkauf. Die Halfbricks, die du bestellt hast, sind gar nicht da. Wir machen das so, damit du trotzdem sofort deine Decks hast und zaubern kannst. Du kriegst die sechs Decks in deinem Halfbrick. Kriegst du jetzt schon zugeschickt von uns. Und die Halfbrick Box schicken wir dir in vier Wochen oder in sechs Wochen. Schicken wir dir später nach. Versprochen. Für uns doppelte Versandkosten, doppelte Produktionskosten für die Halfbricks und, 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 und. Muss alles bezahlt werden. Wir zu unserer IT. Leute, was ist da los? Und die so. Ja, das hab ich gesagt. Ich rief euch einen funktionierenden Shop. Ja, gut, das hab ich aber. Ich musste dreimal Real Talk machen mit dem Geschäftsführer. Jeder Talk ging eine halbe Stunde, Stunde. Ich musste drei Talks machen mit dem. Dreimal telefonieren mit dem, bis er eingesehen hat, dass die einen Fehler gemacht haben und gesagt hat, Jungs, ihr kriegt einen Rabatt. Das war die Lösung unserer Probleme. Ihr kriegt einen Rabatt. Dankeschön. Folgendes Problem. In der Zeit, in der diese Sachen nachgedruckt wurden, kam es zu weiteren Überverkäufen. Fragt mich nicht wie. Es kam zu weiteren Überverkäufen. Wer muss dafür gerade stehen? Natürlich Hai und ich. Jetzt ist Folgendes passiert. Da sind Leute, die haben eine E-Mail von uns gekriegt. Sorry, aber du kriegst deine Halfbrick Box erst Wochen später nachgeschickt. Entschuldigung dafür. Danke für deine Geduld und dein Verständnis. Jetzt kriegen die sechs Wochen später ein paar von denen, kriegen von uns nochmal eine Mail. Sorry, erinnerst du dich noch an die Mail mit, in sechs Wochen kriegst du von uns eine Halfbrick Box? Das kriegst du leider nicht, weil wir nachproduzieren mussten, aber es war immer noch nicht genug. Wärst du auch damit cool, wenn du den Wert entweder als Geld zurückkriegst oder wir schicken dir noch ein... Ne, ich glaube, das haben wir für alle sogar gemacht. Wärst du damit cool, wir schicken dir ein unterschriebenes Blizzard oder Firestorm Deck auf unseren Nacken. Im Wert von 22 Euro. Das schicken wir dir als Entschuldigung. Die Halfbrick Box ist nicht 22 Euro wert, aber wir schicken dir als Entschuldigung ein Deck für 22 Euro mit Heiß und meiner Unterschrift drauf. Und du darfst dir aussuchen, ob Firestorm oder Blizzard. Wärst du damit cool, lieber Kunde? Das war so unsere Lösung, wo wir dachten, okay, vielleicht verstehen sie, dass es uns wirklich leid tut. Vielleicht zeigt denen, dass wir denen so entgegenkommen, dass es uns wirklich leid tut. Und wir möchten diesen Kunden, wir möchten sein Vertrauen nicht verlieren. Wir möchten, dass dieser Kunde weiß, so, das tut uns schrecklich leid und wir möchten alles dafür tun, diesen Fehler wieder gut zu machen. Und natürlich gab es Leute, die das gut fanden, die sich gefreut haben. Aber genauso gab es auch viele, viele Leute, die deswegen jetzt keine Kunden mehr bei uns sind. Die gesagt haben, ey, ihr seid so unprofessionell, was soll denn das? Und das alles, weil uns unsere IT einen Shop verkauft hat, also unsere alte IT einen Shop verkauft hat für einen Haufen Geld. Und dieser Shop war nicht mal fertig. Wir hatten hier Baustellen, da Baustellen, da Baustellen. Und das Ding ist, die haben uns extra auf Preis nochmal berechnet. Und das war irgendwie 1000 oder 2000 Euro Aufpreis. Dafür, das haben wir extra gebucht. Aufpreis. Wir machen Tests, Stresstests und wir testen das und das. Und wir testen nochmal, ob das wirklich zuverlässig läuft. Haben wir gesagt, ja bitte. Dafür sind wir bereit, nochmal einen Aufpreis zu zahlen. Dafür wissen wir 100% safe, wenn die 20.000 Zugriffe pro Sekunde oder so stattfinden. Ey, wir wissen, wir sind gewappnet. Die haben zu wenig Kapazitäten eingestellt oder gebucht, weil die uns unterschätzt haben. Weil die dachten, die beiden Jungs schaffen das eh nicht. Wisst ihr, wie viele Zugriffe es nachher waren? Haltet euch fest, ich habe den durchgegeben. So 2000 Leute sind so live im Stream. Vielleicht 10.000, 20.000 Zugriffe pro Sekunde werden das sein in der ersten Stunde. Es waren 60.000 Zugriffe pro Sekunde. 60.000 pro Sekunde. Die Server, die die gebucht haben, werden so für 1000 oder 2000 klargegangen. Ihr habt unseren Shop gesprengt. Und wir haben die gewarnt. Und die haben nicht gehört auf uns. Was ist das für ein Service? Du buchst etwas, zahlst den und den Preis. Dafür hätte ich gerne das. Die liefern es nicht. Du musst sie dreimal überzeugen, dass die überhaupt verantwortlich sind dafür. Und dass die dir jetzt bitte entgegenkommen. Zumindest mit einem Preisnachlass. Aber eigentlich, der Rabatt war mir egal. Mir ging es darum, bitte haltet doch euren Kopf hin für die Community. Bitte meldet ihr euch bei unseren Kunden. Ey, wir haben es verkackt. Da gab es dann am Ende so ein schönes Schreiben. Ja, wir übernehmen die Verantwortung. Bla, bla, bla. Natürlich bleibt die Verantwortung trotzdem am Ende bei Herrn und mir hängen. Weil wir sind die Shop-Betreiber. Und das ist auch in Ordnung. Ich übernehme da lieber selbst die Verantwortung. Weil dann finde ich auch eine Lösung dafür. Aber da wussten wir, nee. Weg da. Sofort weg da. Ja, und ab der nächsten Edition und der nächsten Änderung und so weiter. Ich glaube, eine Sache hatten wir noch mit denen gemacht. Nämlich die erste hier, die Autogrammkartenaktion damals. Das haben die noch gemacht für uns. Alles immer, jeden Furz, immer in Rechnung gestellt. Nicht erreichbar gewesen. Haben immer direkt sofort Bescheid gesagt. Okay, wir machen das gerne für euch. Aber das kostet dann wieder 1000 Euro. Das ist kein Service. Da möchte ich nicht langfristig mit arbeiten und high genauso. Und dann haben wir nach einer neuen IT gesucht. Ich sage jetzt auch nicht den Namen von diesem alten Unternehmen. Ich will jetzt nicht irgendeinem Unternehmen schlecht reden oder so. Reicht, dass ich darüber jetzt gesprochen habe. Ich muss ja jetzt nicht noch irgendwie Namen droppen oder so. Und jetzt sind wir gelandet bei Singular IT. Und all das, was ich euch gerade beschrieben habe, Singular IT macht das Gegenteil. Ich will jetzt nicht hier, als würde das jetzt hier so wirken. Ich muss die unbedingt in den Himmel loben oder so. Ich meine das vom Herzen. Die machen genau das Gegenteil. Die sind immer erreichbar für uns. Ich habe gerade um 11 Uhr abends von dem Geschäftsführer, von dem eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ey, wie wäre es, die und die Domain saven. Klar, als Joke. Und das ist dann auf privater Ebene. Aber trotzdem, die sind dauerhaft erreichbar. Privat. Sofort. Du schreibst denen, du kriegst sofort eine Antwort. Selbst am Sonntag. Irgendwer ist immer erreichbar für dich. Last-Minute-Änderungen. Die machen das alles, weil das zu einem guten Service dazugehört. Das ist ein tolles Team. Jeden Euro, den man da zahlt, ist das dann wert. Ihr wisst, ihr seid da in gutem Handball. Meiner Meinung nach ist das ganz, ganz wichtig. Hai und ich sind keine Experten in dem Bereich. Wir könnten so einen Shop nicht aufbauen. Und deswegen sind wir abhängig davon. Wirklich zu 1000% abhängig davon, dass wir denen blind vertrauen können, dass die kein Blödsinn damit machen. Und das machen die. Kein Blödsinn. Wir machen das wirklich gut. An alle da draußen, die sich über sowas Gedanken machen. Wenn ihr von der Sache keine Ahnung habt und ihr müsst euch abhängig machen von jemandem, sucht euch das ganz genau raus. Das Team, dem ihr euch da dann anvertraut. Sucht euch das ganz genau raus. Ehre an die IT und hiermit schwöre ich, dass ich keine negativen Memes erstelle. Ja, genau. Hauptsache, ich habe es jetzt noch ausführlicher erzählt als damals und ich meinte, ich fasse mich diesmal kürzer. Ja, moin, perfekt. Haut rein, euer Matti und tschüss. Du bist auf dem Endbildschirm gelandet. Diese Nachricht spreche ich gerade nicht live ein. Wichtig ist nur, dass Matti nicht aus Versehen auf den Kamera-Full-Twitch-Szenen-Knopf kommt. Das wäre natürlich fatal, weil ihr dann sehen würdet, dass Matti das Ganze doch live einspricht. Natürlich tut er das nicht.